Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Wir sind wieder im Livestream unterwegs und ja, das letzte Mal sind wir von der Aurora nach Hause gekommen. Unversehrt. Ich bin immer noch selbst sehr überrascht, dass das eigentlich recht failfrei abgelaufen ist, aber dann wird da jetzt wohl noch so einiges kommen. Ähm, mittlerweile sind zwei Wochen wieder vergangen seit dem letzten Stream und das hatte den Hintergrund, dass da ja mein Internet ausgefallen ist und ich leider nicht strömen konnte. Und entsprechend ist es so, dass ich natürlich jetzt wieder überhaupt keine Ahnung davon habe. Habe ich nie, aber keine Ahnung davon habe, was wir hier eigentlich als nächstes machen wollten. Insofern, mal gucken. Vital Signs stabilisieren. Das da rüber, so, haben wir wieder ein Böhmchen angepflanzt und das zacken wir auch noch. Dann gehen wir mal runter und holen uns noch eine Wasserpulle. Dann müssen wir mal gucken, was wir so an neuen, wir haben einiges an neuen PDAs, wir haben, äh, den Weg kenne ich auch nicht mehr. Zwei Wochen weg, schon verläuft er sich in der eigenen Basis. Er war noch unten, der Wasserdings, ne? Ähm. Was wollte ich gerade sagen? Achso, neue PDAs haben wir, dann haben wir neue Rezepte auch gelernt. Ja, den Krebs können wir jetzt bauen. Wir können, wir können diesen Aufzuchtbehälter bauen. Und sowas Belangloses, aber erstmal bauen wir Bett und Observatorium und dergleichen. Und dann, dann gibt's da noch sowas, das nennt sich dann Startschussrampe für, äh, für die Rettungsmakete, ja? Die Rettungsmission sozusagen. Ich glaub, das ist nicht so wichtig. Das können wir erstmal nach hinten schieben. Da, haben wir genug gefuttert. Ah, warte mal, ich glaub, wir müssen nochmal rüber zum, wo hab ich, warte mal, wo war denn, ich kenne mich hier wirklich nicht mehr aus. Wo war denn unser, wo war denn unser, den hat man nicht hier oben, nee. Unsere Kartoffelsuppengenerator, den müssen wir noch befüllen. Da, da ist der Kartoffelsuppengenerator. Genau, da müssen wir ein bisschen was reinschmeißen. Wupp, wupp. Und noch ein drittes. Einmal, nee. Nee. So. Wie frisst der das? Warte mal, Behälter wechseln wir rechts, nicht links. So. Ja, und eine Kaffeemaschine müssen wir bauen. Ganz dringend, eine Kaffeemaschine, ja? Da haben sie mich im Chat natürlich sofort dran erinnert hier. Der Stream-Chat ist da immer sehr aufmerksam. Da musste ich auch überhaupt nicht nochmal drauf hinweisen oder so. Das kam direkt. Ich hab den Stream gestartet und da stand überall Kaffeemaschine, Kaffeemaschine. Nicht. Aber, aber ich hab dafür dran gedacht. Ist das nicht toll? So. Dann schauen wir mal. Wir machen jetzt erstmal einen Blick in die PDAs. Da haben wir echt vieles. Und damit kriegen wir vielleicht auch wieder so ein bisschen Story. VR-Raumaufzeichnung. Spieler 1 wurde von einer ungewöhnlich hohen Flut weggespült. Spieler 2 hat Spieler 3 eine Kokosnuss für 10 Krediteinheiten verkauft. Spieler 3 hat eine Kokosnuss gepflanzt. Also es kommt aus dem VR-Raum, von dieser Aurora. Spieler werden hungrig. Spieler 3 hat einen Kokosnussbaum gezüchtet. Spieler 3 hat eine Kokosnuss gegessen. Spieler 3 ist nicht mehr hungrig. Spieler 3 hat Spieler 2 eine Kokosnuss für 30 Krediteinheiten verkauft. Spieler 2 hat eine Kokosnuss gegessen, ist aber immer noch hungrig. Spieler 3 hat mit Spieler 2 eine Kokosnuss im Austausch für den Aufbau eines Zeltes gehandelt. Spieler 3 schläft in seinem Zelt. Spieler 2 friert. Die Nacht bricht herein. Ein vorbeifahrendes Schiff bietet einen Handel an. Spieler 2 hat eine Muskete für 30 Krediteinheiten gekauft. Spieler 3 wurde im Schlaf zweimal in den Kopf geschossen. Spieler 2 gewinnt. Spieler 2 ist an Kälte und Hunger gestorben. Okay. Es sind so diese Kleinigkeiten, die dieses Spiel irgendwie auch immer wieder lustig machen. Aurora Fluchschreiberdaten. Das ist das, was wir schon, glaube ich, unterwegs auch gelesen hatten. Vermisst das Personal. Wartungsingenieur für nicht lebenswichtige Systeme. Riley Robinson. Okay. Müssen wir mal gucken. Ja, was eigene Notizen. Okay. Hochsicherheitskonsole im Quartier des Kapitäns. Das sind die Codes und Hinweise. Das haben wir schon gehabt. Laborzugang hat man auch. Nettes Angebot. Das ist das mit diesem Zugangscode. Genau. Fremde Daten. Schauen wir mal. Artefakte. Fremdartiges Gewehr. Das hatten wir schon. Daten aus Konsolen. Daten aus Scans. Öffentliche Dokumente. Altera startet die Aurora. Ach, du ahnst es nicht. Die entferntesten Regionen des bewohnten Weltraums werden erweitert. Warte mal, das haben wir doch schon gehabt, oder? Boah, das ist jetzt schwierig, weil das alles, was wir neu hatten, schon, weil ich immer gucken musste, war das jetzt was Wichtiges oder nicht? Ist es im Grunde genommen weg? Weiß es jetzt gar nicht. Warum? Das alles lesen? Ja, Aurora wird direkt aus dem Raumdeck zum Rand des Altera-Gebiets reisen und dabei hunderte von aufeinanderfolgenden Phasentorsprüngen durch neun verschiedene Transgov-Territorien machen, um drei Monate später auf der anderen Seite des Ariadne-Arms anzukommen. Von dort aus wird die Besatzung das Schiff über das letzte Phasentor hinaus lenken. Oh, Moment. Um etwa 18 Monate später im nächsten Planetensystem anzukommen. Dort wird das Thema von Elite-Ingenieuren aus ein sechsmonatiges Bauprojekt am neuen Phasentor beginnen. In einer Investition im Multi-Billionen-Credit-Bereich durch das Fehlen einer vorhandenen Infrastruktur in der Region ist das Schiff mit fortschrittlichen Wärme- und Kernenergieanlagen ausgestattet. Die Nase juckt. Kackallergie. Die Altera-Gesellschaft betreibt derzeit neun Prozent aller Phasentore in der Galaxis. Wenn die Mission der Aurora erfolgreich ist, wird Altera einige mongolische Konzerne ausmanövriert haben, die eine Reihe von Außenposten und Minen in der Region betreiben. Okay. Also wissen wir jetzt wenigstens, was so unsere Hauptmission mal war. Ganz interessant, ich muss mich leider kurz muten. Sorry. Was nervt das mit der Nase? Sorry. So, was haben wir denn hier? Beziehungsvertragsrechtliche Aufzeichnung. Ach du Gott. Hör zu, ich weiß, dass ich nicht das Recht habe, etwas von dir zu fordern, aber ich möchte, dass du verstehst, dass ich unsere Vereinbarung ändern möchte. Ich verstehe, was du sagst und ich werde versuchen, es zu respektieren. Wie möchtest du sie ändern? Ich möchte unsere gemeinsame Zeit reduzieren. Wie können wir die denn noch reduzieren? Auf null! Du machst mit mir Schluss? Ich ändere die Bedingungen unserer Beziehung. Wie kann das noch eine Beziehung sein, wenn wir uns nicht sehen? Es ist eine Art von Beziehung. Du hast so viele Erwartungen. Ich habe das Gefühl, du willst nur mehr Zeit mit diesem Idioten und seinem idiotischen Exoskelett verbringen. Das ist kein Gefühl, das ist ein Urteil. Und ich spüre Feindseligkeit in dem, was du sagst. Vielleicht ist deine Eifersucht ein Zeichen dafür, dass du eine andere Sichtweise auf unsere Geschäftsmodelle haben solltest. Warum kannst du dich nicht für mich freuen? Ich freue mich für dich und ich freue mich auch für die Jungs im Krebstock. Ich freue mich nur nicht für mich. Genau deshalb möchte ich unsere Vereinbarung ändern. Ich glaube, das passiert, wenn man 18 Monate auf einem Schiff durch die Galaxis reist. Durch 25.000 Phasentorsprünge. Alterra Almosen. Achtung! Zeug! Wie viel Zeug! Äh, Tagesmenü. Hm, 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 hm. Ich schaue gerade mal, ob noch irgendwas superinteressantes ist. Ansonsten, wenn wir das jetzt alles lesen, ich glaube, dann ist die Folge fertig, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Hm, 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 hm. Interessant. Interessant, interessant. Ihr könnt ja mal schreiben, auch in den Kommentaren, ob ich das noch durchlesen soll. Wir haben ja noch viel Zeit. Übernehmen wir das einfach mal. Überlebende der Aurora. Das ist vielleicht interessanter. Ingenieurdrohne. Logbuch des Kapitäns. Das brauchen wir jetzt auch nicht, glaube ich. Rettungskapsel 13. Aufzeichnung des Abgesandten. Das hat man jetzt auch alles. Gut. Überlebende der Degasi hat man jetzt auch nichts Neues mehr. Das hat man auch schon alles soweit abgeschlossen. Was ist denn dann jetzt eigentlich unsere Quest momentan? Also abgesehen, wahrscheinlich müssen wir jetzt wirklich erstmal... Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir diese Startplattform bauen. Hilft ja nix. Neptun Startplattform. Titanbarren, Computerchip, Blei. Ach was. Bietet eine stabile Oberfläche, von der die Neptun abheben kann. Ist die... Ist die... Ist die... Ist die... Da müssen wir mal gucken, ob das reicht, was wir haben. Aber wahrscheinlich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, dann hätten wir hier zweimal barren. Das haben wir. Was war es noch? Blei war, glaube ich, mal vier. Das haben wir, glaube ich, bei Erze einsortiert. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Und dann noch den Computerchip. Computerchip. Äh... War immer so ein bisschen komplizierter. Computerchip. Nö. Geht. Gold, Tischkorallenprobe, Kupferdraht. Kupferdraht braucht zweimal Kupfer. Ne, Erze. Erze, Erze. Ja. Zweimal Kupfer. Da müssen wir wiederholen gehen, auf jeden Fall. Äh... Tischkorallenprobe und Goldkorallen. Eins, zwei und Erze wieder. Falsch. Erze, 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 Erze. Gold. So. Deine momentane Quest ist die Krankheit zu halten. Ja, 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 ja. Das ist richtig. Äh, da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten. Ich baue jetzt erstmal das Ding auf. Computerchip. So, und jetzt sollten wir eigentlich alles haben für der Gerät. Ich weiß noch nicht, wie man der Gerät baut. War das hier? Ah, den Lebensform-Zuchtbehälter, den müssen wir noch machen. Ich schätze mal, dass das in der Fahrzeugstation gebaut wird. Wir werden das mal gucken. Äh, eben hier irgendwo ist groß. Da, nee, Gerümpel, Werkzeug, sonstiges, Probine, Salz, groß. So. Fahrzeugstation. Da ist nur die Frage, wo wir jetzt die eigentlich aufbauen. Ah, 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 ah. Welcome aboard, L-Systems online. Diese Lacher vom Band. Ja. Jemand zufällig. Nö, ne? Wo sind meine... Achso, die habe ich ausgemacht. Meine ganzen Wegpunkte. Signalmanager. Die Zyklop. Da irgendwie in die Richtung. Oder wir bauen... Wir bauen dieses Ding bei der alten Rettungskapsel. Nee, wir bauen das hier. Zyklop. Signalboje. Lüftungsschacht. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Signalrettungskapsel 12. Braucht man nicht mehr. Vermutete Degasi-Basis 500 Meter. Die haben wir schon soweit aufgespürt. Aurora-Treffmung. Das Ding war doch... Nee, also aktuelle Signale haben wir keine. Rettungskapsel 12. Rettungskapsel 2. 500 Meter. Das Ding hier ist, glaube ich, noch aktuell. Degasi-Basis auf 500 Meter. Da war doch auch noch irgendwas... Da war doch auch noch irgendwas mit dem... Mit dem Chef da von der Degasi. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie er hieß. Dass der noch irgendwie raus ist. Und da noch eine Position durchgegeben hatte. Bisschen stürmig aufgetaucht. Und dann macht das so ein Satz, das Ding immer. Sehr schön. Okay. Ich hoffe, das säuft jetzt nicht ab hier. Ach ja. Gut. Hier sollten wir mal irgendwie gucken, ob wir das Ding hier aufgebaut bekommen. Paul Torgal. Genau, so hieß der... So hieß der Kerle. So, auf der 1 legen wir mal das Ding hin. Dann schauen wir mal. Ah, Neptun Rettungsrakete. Startplattform. Habe ich nur 3 Blei mitge... Ich habe nur... extra 4. Ich habe extra geguckt. Kack. So ein Mist. Herze. Jetzt haben wir mal alles. Ja, ich habe auch schon befürchtet, es steht gerade im Chat, dass da eventuell zu wenig Platz ist. Ich wollte eigentlich auch, dass das Ding eher in die andere Richtung schaut. Diese Aufbau-Dings-Kirchen. Ich denke mal, die packe ich auch noch mal ein und baue es noch mal in die andere Richtung. Dass wir da mehr aufs offene Meer bauen. Das ist ja so eine schwimmende Plattform, wenn ich das richtig sehe. Hayscam ist winzig. Ja, stimmt. Die ist noch winzig von... Die ist noch winzig. Das machen wir zur zweiten Folge. Werde ich die verändern. Das ist noch von Gangbees, was wir mal gespielt haben. Da habe ich die Webcam kleiner gemacht. So. Nein. Nein. So. So. Und das Ding ist groß. Und das wird gerade aus vier Blei und zwei Titanenwaren zusammengebaut. Ja. Natürlich. Ah, das war laut. Das war laut, wie Idioten. Ich hätte das mal sagen können, ihr blöden Roboter. Okay. Einparken. Wowie. Okay. Neptun-Versorgungsturm, Plaststahlbach und Kupferdraht-Schmierstoff. Hm. Hm. Okay, also wenn ich das so sehe, ich meine, lass uns mal, lass uns mal ein bisschen, lass uns mal ein bisschen Ressourcen holen. Zum Beispiel in der Ecke, wo wir noch gar nicht waren. Hier ist die, hier ist die Aurora. Da ist unsere Insel und dahinter ist, glaube ich, Riesenwumme, ne? Riesenwumme müsste noch, müsste noch weiter nach hinten sein. Warte mal. Äh, Neptun. Riesenwumme, da. Machen wir mal an. Ja, gut, wie ich mir das merke. Wo ist Riesenwumme? Warte mal. Rettungskapsel, schieß mich. Ist da hinten Riesenwumme? Ich kann es nicht richtig lesen. Ja, da ist Riesenwumme. Ach so. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, was dahinter ist. Warte mal, hier ist Südwest. Da ist West. Lass uns mal da so. Lass uns mal noch so ein Stückchen wegfahren. Mal gucken. Die Krebs, ja, die müssen wir auch noch bauen. Ja, ja, ja. Müssen wir alles noch bauen. Alles noch. Alles. Und Aufzuchtbehälter müssen wir noch bauen. Und, und, und. Ich hole jetzt erstmal Ressourcen. Ich hole jetzt erstmal Ressourcen und erkunde einfach ein bisschen. Ich bin noch neugierig. Wir haben echt einige... Falsche Taste gedrückt. Ich hole mal eben ein Medikid. Ich habe auch so sehr die falsche Taste gedrückt. Ich wollte auf W drücken, bin auf E gekommen. Alter. Überfährt sich mit dem Moped selbst. Ist das geil. Kaffeemaschine ist viel wichtiger. Steppt schon. Ich hole mir mal ein Medikid ausgründen. Und ein bisschen was zu essen. Könnte ja sein, dass wir eine ganze Weile weg sind. Holen wir uns dann jetzt auch nochmal ein bisschen Futter. Ist das alles groß und viel geworden. Hier Uran, Mimimi, Batterien, Gerümpel, Diamant, Lithium, Nahrung. Die Britzen so jagen wieder durch den Chat. Ich weiß überhaupt nicht warum. So, das da. Das da. Da nehmen wir noch so ein bisschen was davon mit. Und... Ich weiß gar nicht, was mit dem Medikid ist. So. So, Wasser haben wir dann jetzt auch wieder. Und was zu essen kriegen wir jetzt auch gerade noch. Dann können wir losreisen. Der Gerät packe ich auch wieder ein. So. So. Irgendwo ist groß. Da ist groß. So. Dann haben wir noch Salz. Herze, Lithium, Diamantensalz. Da haben wir noch ein bisschen Titan übrig. Hab mich fürhin tatsächlich verzählt. Das schmeißen wir da wieder rein. Dann haben wir eine Markierungsboje. Dann nehme ich noch eine zweite mit. Das Baugerät brauchen wir jetzt gerade nicht. Das kann man mal wieder rausschmeißen. Äh, dafür nehmen wir noch eine Markierungsboje mit. Und Stasengewehr. Ist physische Objekte erstachen? Das nehmen wir mal mit. Das denke ich ist nicht ganz verkehrt. Glaube ich. So. So passt das doch. So passt das doch. Und dann können wir losdonnern. Die Krebs kümmern wir uns in der nächsten Folge. In dieser Folge kümmern wir uns darum, dass wir ein bisschen erkunden. Und vielleicht auch. Ja, vielleicht wird es die nächste Folge auch noch mit erkunden. Fangen wir jetzt erst an. Oh. Spoilern erlaubt. Ausdrücklich nein. So, nach. Wohin wollte ich jetzt? Nord, Nordwest oder sowas wollte ich glaube ich, ne? Weiß, ich fühle mich nicht so wohl in diesem Gebiet hier. Ich will gerade mal nach oben gucken. Ja, das passt doch. Ein bisschen weg von der Aurora wollte ich. Weil hier hinten waren wir einfach noch nicht. Nimm einen Laserschneider mit, ja? Da saßt du was. Habe ich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Der war immer Standard-Gepäck. Ich fühle mich hier nicht wohl, weil es ist irgendwie, es ist zu ruhig. Pflanzen auf dem Meeresboden sind der Hinweis darauf, dass dieser Wanderweg einer großen sich auf den Boden bewegenden... Was? Was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Verdammt, was habe ich gerade gescannt? Ich war jetzt, ich war jetzt so auf den Text da unten fixiert. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was ich, was ich da gerade eingescannt habe. Vielleicht kann das ja jemand nochmal im Stream-Chat wiederholen. Einer großen Kreatur, die den ganzen Meeresboden umpflügt, oder was? Ich sehe überhaupt gar keine... Das da? Ich sehe überhaupt keine Flugspuren, sozusagen. Kernreaktor war es. Vielen lieben Dank. Zyklobrückenfragment. Naja, nehmen wir mit für... Wir brauchen ja, wir brauchen ja Titanium. Gibt es Schubkanonennamen. Das sind noch weitere Fragmente vom Krebs. Okay. Mal Zyklob. Oh. Da haben wir noch... Blut. Was war das? Was hat er da... Was hat er da rausgenommen? Aufzeichnung? War da noch was? War das eine... War das ein PDA? Ne, ne? Achso, und was ich ja jetzt eigentlich auch nicht mehr bräuchte... Ich habe ja bestimmt noch... Ja, ich habe noch den Strahlenschutzanzug an. Bräuchte ich ja augenscheinlich jetzt auch nicht mehr. Ich bin... Das liegt einfach an diesen zwei Wochen Pause. Das ist immer so dieses... Das Typische, wenn man eben Let's Plays macht. Und du zwischendrin, zwischen den Aufnahmen einfach ewig Pause hast. Das ist nicht so, als wenn man ein Spiel ganz konzentriert durchzockt. Sondern da hast du immer wieder Pausen drin. Und dann zockst du zwischendrin was anderes. Und dann kommt man da raus, leider. Oh, scheiße. Ich sehe schon, das wird... Das wird tödlich enden. Ich hasse Lüftungsschächte. Ach, ne, okay. Noch sind es keine Lüftungsschächte. Und hier ist was zum Scannen. Ich sehe es gar nicht. Ach, Zykloprumffragment. Naja, liegt hier drin. Oh, nicht. Boah, hier ist es auch furchtbar, wenn man so, 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 so. In der Richtung schwimmt, die einfach nicht... Man fährt jetzt so schnell, wo oben und unten ist, die Orientierung. Gerade im Wasser. Das haben sie echt gut gemacht. Tja. Hier ist noch nichts. Hier sind... Hier ist ein Gerät. Sehr gut. Nächste Cavesfragment. Neuer Bauplan. Zyklop-Trockendock. Apparaturmodul. Okay. Gut. Warum leuchtet das hier noch immer so? Das frage ich mich gerade. Warum? Weshalb? Aber glaube ich nur die Kiste. So, da oben war aber nichts mehr. Hier kam man nirgendwo durch. Da ist was zum Scannen. Na dann, zurück. Da sind wir zu Hause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf Twitch. Im Stream geht es jetzt natürlich weiter. Ein bisschen erkunden werde ich hier noch. Und dann machen wir uns aber mal weiter. Ich bin irgendwie neugierig auf diese großen Kreaturen. Also neugierig verängstigt, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob es hier noch viele Sachen gibt. Ja gut. Wir haben jetzt von der, von der Krebsding noch ein bisschen was gefunden. Hier noch so viel gibt, was wir dringend brauchen, weiß ich nicht. Aber es ist spannend, diese Fracks zu erkunden. Da liegt doch auch noch was, oder? Nö. Da ist nix. Da hoch geht es noch irgendwo. Kann ich jetzt die Folge ausmachen? Kann ich so gemein sein? Ich kann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und, äh. Ciao. Ciao. Ciao.